Die neuen Streichinstrumente für junge Musiker der Serie Ideale bieten erstmals in diesem Bereich eine Spiritus-Handlackierung, europäisches Tonholz und maßgenaue Ausarbeitung. Diese Serie wird in den neu ausgestatteten GEWA-Werkstätten in Asien gefertigt. Ein von deutschen Geigenbaumeistern konzipiertes Einsteigerinstrument, das den Lernerfolg sichert und die Freude am Spiel fördert. Ideale Celli sind in Größen von Vierviertel bis Einviertel erhältlich. Die Ausstattung ist je nach Wunsch in Spiel oder nicht spielfertig, mit Holz, Carbon oder ohne Bogen, sowie mit oder ohne Gigback möglich. Alle spielfertigen Instrumente sind mit Aubertstegen, Wittner-Seitenhaltern und europäischen Qualitätsseiten ausgestattet. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020